Ich bin Patrick Herrmann. Ich bin Christoph Kramer und wir spielen Name-It. Gilmaz, Burak Gilmaz. Er hat sich gut überlegt, Zett. Also ich bin Zimmer, Jean. Ronaldo, der Dicke. Ich will einen sagen, aber ich weiß nicht mehr ganz genau, wie der heißt. Dann nehme ich einen anderen. Ostermann. Was? Ostermann? Warte mal ganz kurz. Das ist doch ein Möbelhaus. Nee, nee, aber Vierte Liga zählt. Zählt Vierte Liga da nicht? Ja, dann geht's weiter. Der ist Präsident bei Saarbrücken, Ostermann, aber ansonsten. Ostermann. Mit N. Mit N? Neuer. Ronaldo, der Dünne. Der Dünne. Der Dünne. Das ist nochmal O. Ich sag, es gibt doch noch einen Ostermann. Oder Obi. Ostermann. Vierte Liga. Oh, der gibt's nicht. Okazaki. Hoppe. Äh, Inoue. Igna. Inoue. Igna. 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 Nimm Ronaldo, den Mittleren. Den Mittleren. N für Nastasic. C für Chicharito. Oh, der weiß ganz genau, wie er ihn nicht kriegt. Oh, na, na. Oh, na, na. Oh, na, na. Stürmer von Neapel. Ousmani. 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 Wie zählt der denn jetzt? Stürmer von Neapel. Kommt der gleich wieder mit irgendwem. Fällt's nicht an. Abbruch. Ey. Ja, zähl mal von zehn runter. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Ne. Ottavio. Stark. Auch mit O hinten. Osterhage. Osterhage. Ähm. E für. Ernst. Ey, wo packe ich die alten Dinger da alle aus? Das ist gut. Trimmel. Äh, Lute. 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 Evans. Salihamitschitsch. Boah, wie wird der denn hinten geschrieben? Mit... Was? Das darf man nicht sagen, wenn das falsch sagt. Oder ist Braco wiederum. Ähm. C. Was mit O hin? Ich hätt noch einen. Boah, ich steh grad richtig aufm Schlau. Das Ding ist, es gibt so viele Spieler, ne? Aber man kommt jetzt... Man kommt nicht drauf. Wenn man hier drauf sitzt, kommt man auch nicht drauf. Du kannst doch sowas. Drei. Zwei. Eins. Chiquita. Hä? Nee, geht's nicht. Chicharito hätt ich. Ja, Chicharito hätt ich. Hab ich ja schon gesagt. Ey, dass ich dieses Spiel hier gewinnen kann, ist ein Wahnsinn, Alter. Das ist nicht möglich eigentlich. Nicht möglich. Chiquinho. Chiquinho, das war Chiquita. Scheinbar sind die anderen noch schlechter als ich. Wenn ich einem das gönne, dann dem Flacco und den Sieg. Ich weiß richtig. Schau Platzern.